Moin, ich heiße Claudia Bielfeld und ich bin Expertin für Kommunikation und Konflikte. Ich bin Mediatorin, Konfliktcoach und Trainerin und mein Motto lautet einfach miteinander. Dahinter steckt, dass ich Menschen miteinander in den Dialog bringe und dass wir einfach miteinander reden, um eine Lösung für ihr Anliegen zu finden. Und ich bin davon überzeugt, dass das miteinander einfacher ist, wenn wir die Stolpersteine der Kommunikation erkennen können und wissen, wie wir sicher damit umgehen. Mein Angebot richtet sich an Unternehmen und an Akteure des öffentlichen Bereiches, wie zum Beispiel Kommunen, Verbände, Vereine oder auch Verwaltung. Ich habe drei Schwerpunkte. Zum einen Mediation und Konfliktcoaching, um für ihren Konflikt eine gute Lösung zu finden. Zweitens Seminare und Vorträge, um ihre Kompetenzen in der Kommunikation und im Umgang mit Konflikten zu erweitern. Und drittens Moderation und Öffentlichkeitsbeteiligung, um die Akteure in den Dialog zu bringen, beispielsweise bei Infrastrukturprojekten oder öffentlichen Planungen. Von meinem Schreibtisch aus kann ich übrigens in den Garten gucken. Und das hier ist ein Apfel aus meinem Garten. Wie mein Vater, der auch immer einen Apfel dabei hat, habe ich auch immer einen Apfel in der Tasche. Denn immer gilt, egal was sie tun, wie sie auch zoffen und streiten. Niemals mit leerem Magen.